Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Gameplay Video zu Medieval 2 Schwert und Speer Conqueror World. Ich spiele die Preußen und habe mich zuerst ein wenig eingelegelt, alle Truppen, besten Truppenplätze gebaut, alles mögliche. Und da kommen von links die Deutschen, kommen von links die Deutschen, von unten die Preußen und die Polen haben auch schon Dinge, habe ich diese Siedlung von den Polen erobert. Also man sieht es, Schwert und Speer ist nicht ohne, es greifen immer wieder Leute an, obwohl sie verbündet sind, herausragende, ja herausragende Beziehungen und so weiter. Jetzt probiere ich mal diese Schlappe, ich hoffe, ich schaffe es. Ja mein Kaiser, euch zu Ehren werden wir angreifen, Kaiser. Ja, haben es geschafft. Ruhm und Ehre dem Reich. So, diese Siedlung habe ich gerade erobert von den Rebellen. Und diese Siedlung, was soll ich mit der machen? Ich werde mal ein... Mein Kaiser? Ja, Kaiser. Ich fahre morgen fort. Diplomat runterschicken. Hier ist mein anderer Diplomat. Ja, in Ordnung. Sofort, Kaiser. Ich fahre morgen fort. Okay, beten, beten. Verlassen die Armee, Kaiser! Nicht die angreifen. Ja, ihr habt sowieso keine Chance. Sie belagern uns. Wir werden das Reich nicht enttäuschen. Haltet durch! Neue Mission. Ja, das ist leicht. Ja, Kaiser. Trinkt ihr einen Vorschlag für meinen König? Wir haben nichts daran. Ihr habt noch einen Vorschlag? Euer Plan. Meine Tat ist jetzt einfach die ganze Zeit an Verbündeten zu machen. Wir freuen uns, euch bald wiederzusehen. Halt die Fresse, Dankeschön. Äh, alle Verbündeten machen. Ja, was soll ich mit Hulk? Oh mein Gott. Und dann, ähm... Ja, Kaiser! Hulk, wie viel kosten die? 100. Aber was soll ich mit Schiffen? Könnte ich mal ein bisschen wegsegeln? Nein. Also, Geld verdiene ich ja ganz viel. Ich hab schon jetzt 270.000. Also, vielleicht allemal. Seid gegrüßt, mein Kaiser. Ihr wünscht? Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser. Ein stolzer Sieg für das Reich. So, wir müssen mal kurz leiser machen. Ist das plötzlich so laut? So. Und hier der Kaufmann, der geht jetzt irgendwo hin? 29.11. Ja. So. Mal schauen, ob die Anne... Ihr müsst uns ja Narren oder Schwachsinniger halten. Ja, ja, halte ich für das. Befehle, Kaiser! Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ja! Dann geht halt ihr hier runter und beschützt das. Ähm, der Spion, wo ist der da? Ja, Kaiser! Kann hier... Das ist jetzt nicht so das Truppenangebot. Der bleibt dort. Wir haben keine Völker mehr in der Nähe. Und... Wir machen da runter weiter. Ja, ihr seht, jetzt bin schon nur unter 76. Aber es geht unendlich. Ich hab eingestellt, dass es unendlich geht. Ja. Keine Chance gehabt. Oh, je. Also, dann ist Lavor halt. Das Ding. Ungarn. Ja. Ich wollte ihr fragen, ob wir einen Frieden schließen. Niemals! Wir können uns anfangen sofort. Seht's, die nehmen nicht mehr an. Irgendwie ist die KI ganz kaputt. Aber wenigstens greifen die Deutschen eine Runde mal nicht an. Auch gut. Wenn ihr meint, dann könnt ihr das machen. Wir müssen sie verteidigen. Nein, jetzt kommt auch noch Polen. Was ist denn los? Könnt ihr nicht mal in Ruhe bitten? Jetzt ist alles fertig. Ihr wünscht eure Befehle, Kaiser? Ja, Kaiser! Kurs gesetzt, Kaiser! Nein! Nein! Da kann die Flotte nicht hin! Ah, das probieren wir es. Warum können wir nicht hinsegeln, Kaiser? Wir müssen da verlieren. Oh, ja. Heiliger Kaiser! Kaiser! Für den Ruhm des Reiches! Mit diesem Sieg ehren wir den Kaiser! Für das Reich! Befehle, Kaiser! Ein stolzer Sieg für das Reich! Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser! Ja! Mit diesem Sieg ehren wir den Kaiser! Es ist mir eine Ehre, Kaiser! Wie war es genau? Ist ja nur noch ein bisschen gut, danke! Ich kann dich noch ein bisschen tumorig, aber hier nicht mal. Ich binNDig, Kaiservämischen der Beat, Also, ich bin in Liebe, als ich in der Atmosphäre, Ich des Spiel teunderten, dass ich damit habe. Ich binTacken, solltest dich auf das Atmosphäre, habe ich nicht nur eine kleine Tätheit, haben wir immer einen Leichten. Ich bin, warum ich also bin, weil ich einfach nicht mehr. Befehle, ich über die Luftgele. Ich bin, ich bin ich jetzt nicht mehr, Jetzt. Jetzt haben wir nur noch drei Städte. Ich hatte mal fünf. Ja, probieren wir weiter. Okay, die haben wenigstens mal aufgehört. Hier hatte ich was. Den Markt gebaut. Dann... Kanonentürme. Sehr wichtig. So. Eure Befehle, Kaiser. Seid ihr sicher, Kaiser? Jetzt treffen wir die hier nochmals an. Ja, vollständig. Genau. Ja, mein Kaiser. Marschiert! Ihr wünscht? Ja, mein Kaiser. Nicht möglich, mein Kaiser. Teilen die Truppen! Der Feind steht vor den Mauern! Wir müssen sie verteidigen! Ihr seid zurückziehen! Oder wir sind verdammt! Ja, ihr wollt natürlich jeder. Wollt ihr weitere kluge Ideen mit uns teilen? Wir haben nichts daran auszusehen. Ihr sprecht ehrenvoll, Freunde. Lebt wohl. Sie belagern uns, Kaiser! Ja, toll! Ja, toll! Wie viel kommt... Es reicht. Habt ihr nichts anderes zu tun. Herzen für unser Volk, edler Herr. Ihr wünscht? Seid gegrüßt, mein Kaiser! Befehle, Kaiser! Euch zu ehren werden die anderen! Ja, mein Kaiser! Kaiser! Für das Reich! Befehle, Kaiser! Kaiser! Ja, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Teilen die Einheiten des Reiches! Marschiert! Was will ich mit Schiffen? Ja, Flotte bereit! Verdammt! Weg da! Weg da! Es ist nicht zum Auszuhalten! Weg da! Ich brauche keine Schiffe! Weg hier! Ihr seid nicht... Mein Kaiser! Lasst uns zuschlagen, Kaiser! Ihr wünscht... Ja, Kaiser! Tut! Hier stellt sich niemand entgegen! Staatsgarte, genau, haben wir. Kaiser! So! Jetzt haben wir hier noch die... Dinge zum Ausbilden! Pfff! Mein Kaiser! Eröffne eine neue Handelsstraße! Ich muss allen zeigen, dass ich es wirklich... Vince, tragt vor, was ihr auf dem Herzen habt! Der Kaiser wird von eurem beleidigten... Was für eine Zeitverschwendung! Teilen die Truppen, Kaiser! Es ist ein sehr schweres Reich, aber ich wollte es einfach mal spielen... Ich merke, die Ausbildung ist ein bisschen zu stark... Geben das Reich nicht enttäuschen! Haltet durch! Nein! Ja, macht nichts! Die Feinde sind vor den Mauern! Dort werden sie sterben! Zurückziehen und neu... Seid gegrüßt! Unsere Völker haben euch hervorragend! Ihr habt uns... Ihr scheint sehr verständig... Levdewort! Wer soll ich das Arme... Nun sind sie verloren, Kaiser! Wir sind bereit zu... Ja, mein Kaiser! Ja, Kaiser! Heiliger Kaiser! Kaiser! Befehle, Kaiser! Für das Reich! Ihr wünscht... Kaiser! Befehle, Kaiser! Kaiser! Es ist mir eine Ehre, Kaiser! Kaiser! Ja, mein Kaiser! Verbind die Truppen! Kaiser! Vorwärts! Unsere heutige Reise... Ich freue mich auf den Kampf mit euch! Das ist mir auch, Kaiser. Für das Reich! Befehle, Kaiser! Ja, euch zu ehren werden wir angreifen, Kaiser. Mit diesem Sieg ehren wir den Kaiser. So. Kaiser! Ja, Kaiser! Ihr wünscht? Ja, das interessieren wir jetzt wirklich, ne? Kaiser! Oh, ne. Ja, Kaiser? Mein Kaiser? Unzuverlässiger Feind. Welche Lügen habt ihr diesmal für uns? Euer Angebot ist absolut... Ja, jetzt plötzlich, naja. Euer Plan scheint auch... Eure Zeit war kostbar. Hab Dank. In Ordnung. Ja, mein Kaiser, ich rede mit den Ausländern. Ja, Kaiser. So, jetzt. Wir haben es geschafft. Eigentlich ist jetzt alles wieder in Ordnung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte lasst ein Like da. Und wenn ihr mehr wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Bis dann. Euer Drago Basel. Und dann. Jetzt. Bis dann. Vielen Dank.